X ist für mich wie eine große Familie. Das Besondere für mich an X ist, dass es wirklich eine Familie ist. Wir sind wirklich ein Team, wo wir alle Freunde sind, daher der Hashtag XFamily. Im Jahr 1906 beginnt alles in einer kleinen Garage in Wollhusen. Ein kleiner Funke, der eine große Zukunft entzünden sollte. Dann, im Jahr 1931, beginnt ein neues Kapitel in Soße, wo sich X heute, 93 Jahre später, stolz präsentiert. Im Jahr 1979 betritt X die Bühne. Mit unserer Motorradbekleidung gesellen wir uns zu den großen Namen. Der Name X ist das Ergebnis einer ganz einfachen Idee, die am Ende eines scheinbar endlosen Meetings entstand. Erschöpft, sagte unser Chef Fritz Hohstedtler, dann nennt es doch einfach X. Und der Name X war geboren. Heute rüsten wir unsere Athleten aus, damit sie auf höchstem Niveau glänzen können. Wir bleiben unseren Schweizer Wurzeln treu und streben stets nach Exzellenz und Präzision. X unterstützt die Athleten dabei, ihre Träume zu verwirklichen, ihre Geschichte zu schreiben. Seit mehr als 20 Jahren bin ich professioneller Fahrer, lebe meinen Kindheitstraum, was für mich das Wichtigste ist. Dann hatte ich viel Glück mit großartigen Ergebnissen. Weltmeister, Sieger der Red Bull X Fighters, sieben Medaillen bei den X Games. Ich glaube, davon habe ich selbst als Kind nicht mal geträumt. Wenn ich die Kinder fahren sehe, freut es mich, ihr Lächeln zu sehen, wenn sie den Helm abnehmen. Dass sie Spaß hatten, dass wir etwas zusammen machen, das ist wirklich cool. Eine Leidenschaft zu teilen, ich finde, das ist das Tolle. Wenn sie sich alle freuen, wenn wir den Bus beladen, um eine Tour zu machen. Und wenn du dann siehst, dass sie einen schönen Tag mit ihrem alten Vater haben, das ist cool. Quatsch machen geht jedenfalls immer. Riech mir nicht die Hand. Egal, welchen Weg man wählt, das Wichtige ist die Energie, die man hineinsteckt. Jede Spur, die man hinterlässt, erzählt eine Geschichte. Ihre Geschichte. Beginnen Sie Ihre Geschichte jetzt.